Willkommen zu einem neuen Part von Teamfight Tactics. Wie schon am Ende des letzten Parts erwähnt, gibt es jetzt einen Special-Mode für Teamfight Tactics. Oder wer es am Anfang des letzten Parts gesehen hat, wäre im Kammau. Nämlich die Blitzkonvergenz. Habe ich noch nicht gespielt, deswegen sehen wir hier dieses wunderschöne kleine Tutorial. Nee, eher gesagt diese Anleitung. Willkommen in der Blitzkonvergenz. Blitzkonvergenz ist Teamfight Tactics, aber kürzer. Jede Runde steht viel auf dem Spiel. Schnelleres Gameplay. Du beginnst mit 20 Leben. Jede Niederlage kostet 2, aber je länger das Spiel dauert, desto schmerzhafter werden Niederlagen. Neues Stufensystem. Du musst kein Gold für Erfahrung ausgeben. Stattdessen steigst du zu Beginn jeder Phase auf. Denke nur an dein Team. Es gibt in Blitzkonvergenz kein zusätzliches Gold durch Zinsen und kein Gold durch Serien. Und konzentriere dich darauf, das bestmögliche Team zu bauen. Okay. Ich würde mal sagen, wir nehmen eine andere kleine Legende dafür. Nämlich... Aua Boy. Dango. Die beste kleine Legende, die es gibt. Ich habe nicht so viele andere Arena-Skins und ich habe keinen einzigen anderen als Besonderes. So. Die Blitzkonvergenz. Ein Special-Mode für Teamfight Tactics. Warum suchst du nach einem Spiel, wenn du ablehnst? So. Gucken wir mal. Ich freue mich. Ich finde es interessant. Es ist auf jeden Fall lecker. Auch cool. Fangraum ist auch cool. Ja, und Chonk, aber... Die Mondwender-Chonk oder Festival-Chonk. Nee, nicht so ganz. Da ist das... Was heißt das denn? Was ist denn... Was bedeutet dieses kleine Symbol? Was ist das? Was macht das? Was ist das? Kenn ich nicht. Naja. Schnitt bis zum... Was ist mir in dem Sinn? Klingt das gut? Ups, klingt gut. Gleich. Das hat doch etwas länger gedauert als gedacht. Na gut. Blitzkonvergenz. Kleine Legenden sind, glaube ich, schneller. Ich finde es hier bei dem Ball immer noch cool. Das... Ach, du Heiliger. Pass auf die Tür auf, wenn ihr zur Hölle fährst! Kann man nicht so gut spammen. Okay. Ach du Heiliger, man hat ja fast gar keine Zeit. Ähm, ähm, ähm. Was ist das denn? Ähm. Wiedergänge, also Segel. Raufbold. Raufbold. Ach, du Heiliger, das gefällt mir. Nur so semi. Das ist ja... Das ist die ganze Zeit gehetzt. Kann ich eigentlich gar nicht leiden. Raufbold klingt gut. Raufbold habe ich fast. Fühlt mal ran. Noch ein Trager. Okay, ich kann nicht upgraden. Äh, draconisch, Abscheulichkeit. Ich kann draconisch nur noch mitnehmen. Eieiei. Und die Runden sind auch hier schneller vorbei, dass man schneller zum nächsten Level kommt. Neuladen kostet immer noch 2 Gold, deswegen würde ich es eigentlich nicht so machen. So, meine Hoffnung steht auf Feng Grimm. Feng Grimm... Okay, die Animation war cool. Ich will den U... Ich will den Gragas da reinstellen, aber... Ich kann nicht... Ich kann nicht upgraden vom Level her. Oder bin ich auf draconisch? Hm... Ich bin ja schon mal... Alles sehr, sehr fragwürdig bisher. So, ähm... So, ähm... Special-Mode... So, ähm... Special-Mode... So, ähm... Und ein Item. Puh... Gib mir mal den Schattenstab. So, jetzt haben wir vier Raufbolle. Wenn ihr ein drakonischer werden... Aber dann... Aber dann... Das klingt schon geil, aber... Braucht man ja erst mal... Ähm... Einer, der es... Ölgut nutzen kann. Ja. Nepp, nepp, nepp. So. Anscheinend gibt es auch keine... Kein Karussell. Hier. In der Blitzkonvergenz. Und anscheinend kommen wir mit der Raufboot-Kombi... Gerade ganz gut durch. Komm, Rolle. Ich würde gerne bei... Ungefähr 20 Gold bleiben. Das ist... Ich glaube... Ein Ort, wo man sein kann. Wo sind die anderen? Ja, auch ungefähr da. Erneuerer. Erneuerer und Schütze. Drakonisch. Ritter. Vergessen und Zaubermeister. Boote des Morgens. Erlöst und Schütze. Okay. Was macht denn drakonisch überhaupt? Ah, okay. Jetzt können wir ganz schlüpfen. Die Dracheneier viel schneller. Okay. Besondere... Buffs nur in den Blitzkonvergenz. Jetzt machen wir sogar 3 Damage. Es ist doch... Ähm... Das ist ein Drachentöter, kein drakonischer. Das ist ein Drachentöter. Und... Haben die einen Buff auf... ...drakonischer? Würde mich irgendwie nicht wundern. Das ist ein Drachentöter, Legionärer, Neurer, Blinkler, Zaubermeister, Sassina. Das hier bekommst du. Ich habe Lust dran. Neurerer, Plinkler, Zaubermeister. Gucken wir mal. Äh... Drakonisch. Ich glaube, man bekommt auch hier kein Gold, wenn man gewinnt. Kein Bonus-Göldchen. Deswegen... ...doof. Ich bin jetzt gleich Level 6 und habe keine Ahnung, wenn ich reinstecken soll. Aua. 4 Damage. Natürlich. Das wird's nie tun! Ja, jetzt ist das Problem. Die Schau kann losgehen. Ich stell dich mal rein. Jetzt haben wir das Problem. Ich, ähm... Ich, ähm... ...habe keinen Drakonischen. Ich habe theoretisch Platz für einen Drakonischen. Aber ich habe keinen. Nein, nein. Die Schau kann losgehen. Ich habe keinen Drakonischen. Ah Gott. Hier ist keiner Drakonisch. Hier ist halt echt keiner Drakonisch. Falt? Bitte? 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 Nur jetzt der Handschuh. Das ist hier kein Krippen dann. Hm? Fragwürdig. Okay, ich hab kein Bonusgeldchen. Gut. Ach du Heiliger. Sag mal. Jetzt ist der auch gleich. Was bekommst du? Das war falsch. Ähm. 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 Äh. Ähm. Planungsfehler. Verdammt. Keine Konkurrenz. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Wann kommt denn der nächste draconische Bitte? Das sind 25%. Das sind 25%. Chance. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ja. auf. Auf bald. Buff rum. Ich hab zwei Sets auf dem Feld. Gepanzert. 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 Ich bin überfordert. Hier Zaubermeister, komm. Warum nicht? Hier ist doch eh alles gerade egal. Und der Udia hat's irgendwie geschafft bis jetzt noch Stufe 1 zu sein. Wie auch immer der das geschafft hat. Wie auch immer der das geschafft hat. Er hat's geschafft. Hier muss ich freezen. Sperren wir nicht. Ich werd hier gehetzt. Das kann ich nicht leiden. Danke. Ich will einfach machen. forgotten fanения trCómoronische… Schön, hätte es außerordentlich Genehmirt. Okay. sind. Ehh, er war weg. Zwei Leute sind nebenbei schon raus. Natürlich hat er die drakonischen Buff. Ich nicht. Du Drecksack. Ich wollte den Buff. Ich warte hier seit Stunden. Bevor ich einen... Ah, leck mich. Du Kunst der Drachen! Uh! Betreuer. Betreuer betreten das Schlachtfeld mit einem Babydrauch. Mir egal. Stopp des Ärzten jetzt. Grausam Schlitzohr Anrufer. Kostet ein Leben. Nee, heute nicht. Blablabla. Das bekommt der Heimendinger. Guck mal. Hier liegen noch 2 Gold rum. Rollen. Kaufen. Guck mal, drakonischen Zaubermeister. Wie passend. Vergessen wir uns doch mal, Meister. Nett. Sperren. Ich glaube das Symbol heißt, wenn ich den besiegen würde. Betonung liegt auf Würde. Aua. 6 Damage. Hätte ich ihn rausgeschmissen. Drakentöter. Ja, guck mal, das ist ein Glas. Drakonisches Ei. Nice. Nach jedem Spielerkampf. Weg. Eben. Das kann ich verkaufen für ein Gold. Rein in den Runden schlüpfen lassen. Chronische Champions. Das wird andere Beute. Okay. Nett. 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 Alter Eiwein. Was war das denn? Ist auch normal bei mir. Early Game läuft es nicht schlecht. Late Game absolut für die Tonne. Tau trat wo ich schon. Ich stelle die hier rein. Die Show kann losgehen. Ja. Okay. Oh, was ist das? Was ist das? Das stimmt ja. Ich habe ja noch den Victor. Geld. Geld. Noch mehr Geld, was ich verkaufen kann. Weil da geht es gleich die Runde vorbei ist. Okay. Das ist nicht schlimm. Es ist wirklich ein Blut. Ja. Das ist ein Blut. Ich schaue an die Zukunft der Drachen. Bitte verliere nicht. Spiel, ich flehe dich an. Bitte verliere nicht. Ich hasse dich. Aua. Wir gucken uns das jetzt noch zu Ende an. War klar, dass ich 5. wäre. Es war knapp. So. Wir gucken uns das jetzt noch zu Ende an. Weil... Das ging 22 Minuten bisher. Ihr habt das Gefühl, er ging nicht so lange, aber er ging doch so lange. Und dann... Hm, egal. Ähm... Oh, ist drakonisch. Gegen wen habe ich verloren? Gegen einen anderen drakonischen Typen. Oh, ne. Ähm... Und der hat verloren. Und das war's. Verdammt, ich warte noch. Ah, verdammt. Zu spät. Graue Klasse. Du bist aufgeschrieben. Was aber immer das heißt. Sehe ich es? Ja. 500 plus 0. Ja, es wird 5 spielen. Das ist ein eigener Ranked Mode, oder was? Ei, 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 ei. Ähm... Nun gut. Ich würde mal sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dies ist ein interessanter Mode. Ich würde aber glaube, beim normalen Teamfight Tactics bleiben, da habe ich etwas mehr Zeit. Das war viel zu hektisch. Das war viel zu hektisch. Aber die 5 Spiele werde ich wahrscheinlich noch... Bei den letzten 4 Spielen werde ich wahrscheinlich noch spielen. Mal gucken. Wer weiß. Äh... Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss. thee, äh...